hallo meine lieben leute und willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal es ist erst dreiviertel sieben im besonderen tag und morgen auch ich morgen geburtstag und heute fahr ich zum daniel und schlaf halt bei ihm so wie letztes jahr und wir werden zusammen kekse backen für meine klasse ich wollte euch mitnehmen weil heute habe ich bis 17.30 schule und das ist eben ein langer tag und da wollte ich euch halt so mitnehmen auch beim daniel und wie wir die kekse machen morgen auch so deswegen ja wird ein ziemlich langer block vergesst nicht zu abonnieren und den daumen hoch zu drücken den daumen hoch zu drücken ja wie auch immer also ich bin gerade auf dem weg zum bus dann fahre ich in die schule und ich weiß nicht im unterricht werde ich wahrscheinlich nicht filmen aber kann sein dass ich in der freistunde oder eine pause mal zwischendurch filme ja werden wir sehen ja bis spieler ich schaue immer so groß ich bin eh so wie immer überflüssig wir haben jetzt fett getroffen und jetzt sind wir also die sonne da und ich wir sind an unserem baum das baumi das ist unser baum das ist unser baum da treffen wir uns immer nach dem essen hier so jetzt schalt ich mich auch mal dazu zu dem video guten morgen guten abend gute nacht ich bin mittlerweile im auto und mache mich jetzt auf dem weg um dieses liebe nette schwesterchen zu holen und den restlichen tag mit ihr zu verbringen und in den geburtstag rein zu feiern du die schultasche ist zu fett oh yanke hat mich schon vermisst seit dem du herinnern bist nein hast mich schon vermisst nein eben nicht helfen so wetter voll motiviert nein buch 200 weiter Ich habe einen L-Way-Urine. Hat sicher jeder verstanden. Daniel vibet jetzt die ganze Fahrt. Ich chill hier, faul auf der Couch. Sag nichts! Sag nichts! Und Daniel ist schon wieder am Kochen. Männer gehören in die Küche! Jo, so gut. So gut. Der Meister zerfetzt gerade sein Bett. Hier draußen. Nom 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 nom. Selbstgemachter Eiskel von dem Verziffer. Fertig? Ja. Ja, wir haben jetzt fertig aufgenommen. Ich stehe jetzt auf dem fetten Löffel hier. Und genieße die tolle Aussicht. Wir werden jetzt die Kekse backen. Und eine eigene Backshow eröffnen. So gut wie sie im Backen sind. Daniel, willst du dich dazu äußern? Ja, natürlich. Ich äußere mich zu allem gerne. Also, wir backen jetzt. Weil Backe Backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen. Was? Wir haben jetzt eigentlich nicht so viel gefilmt beim Backen. Aber hier ist das Endergebnis. Also, nicht ganz. Das Halbergebnis. Ja, das sind die Schokoladen-Cookies. Die normalen Schokoladen. Hier werden jetzt die weißen Schokoladen-Cookies gemacht. Und das Backhoe ist auch noch da. Ja, das wäre echt schlimm gewesen. Ich habe mein sexy T-Shirt an, das mir der Daniel geschickt. Ja, der Daniel. Ja. Ja, es ist mittlerweile halb zehn. Und der Daniel hat der Daniel alleine da. Alleine hat diese Kekse da gepackt. Obwohl ich ihm helfen wollte. Insgesamt haben wir jetzt um die hundert Stück. Eigentlich sollten es vierzig werden. Ja? Also, Daniel hat sie anscheinend ein bisschen verzählt. Ja, und jetzt bring ich morgen ein paar A-Kekse mit in die Schule mit. Ja, wir sehen uns dann morgen, weil der Daniel Bier trinken muss. So wie immer. Ja. Dann bis morgen. Daniel. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen. Es ist 23. Und Ludwig. Und die werden jetzt unsere Stimme ölen und in die Schule Der Geburtstag ist so schön wie möglich aufwacht. der Geburtstag ist der Geburtstag. Der Geburtstag ist der Geburtstag. Ja, die Kekse sind bereit. Ein bisschen mehr. Ja. Ich fahr jetzt in die Schule und dann schlade ich ein. Wie schön hat er immer gesehen? Gar nicht. Nein, er war wunderschön. Danke. Bis irgendwann. Tschüss. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lauri. Happy Birthday to you. Das ist genau. So. Foto. Ich hab kein Hirn. Ich mag aufmachen. Nein. Ich hab's geschafft. Schau den. Rauch noch. Äh. 51. Schön war es. Es war so schön. Es war echt schön. Du hast die Ari bekommen. Das Foto kriegt ihr hier eingeblendet. Äh. Über deinem Kopf. Du siehst immer. Nein. Auf deinem Kopf. Oh. Ja. Und wir installieren hier die Apple Watch, die ich bekommen habe. Nur in rosa. Ja. Und. Dauert es immer länger als uns 53 Minuten. Schön. Wie im Kopf. Wie im Kopf. Wie im Kopf. Wie im Kopf. Untertitelung des ZDF, 2020